Musik Deine blonde Strähne ist dein Markenzeichen. Was hat das für eine Bedeutung? Meine Mutter hat mir das. Ich glaube, wo ich mein erstes Jahr hatte bei den Pantoms. Wie war es gegen die Kavaliers? Mit dem besten Spieler in der Welt, LeBron James? Jedes Mal, als ich auf der Benz war, sah ich, was er gemacht hat. Wie wichtig ist deine Familie für dich? Ich denke, ohne sie wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Mir habe ich alles zu verdanken und bin stolz, dass ich eine Familie habe. Einerseits birgt die Umweltzone Möglichkeiten zu sein. Hallo Julia, ich habe gehört, du bist heute in einem Kindergarten unterwegs. Genau, ich bin hier in der Kita am Technologiepark. Die Iceman haben einen neuen Spieler verpflichtet, Tyrus Thomas. Es ist großartig, einen ehemaligen NBA-Spieler hier in Bremerhaven zu haben. Tyrus, du warst längere Zeit verletzt. Wie war der Weg zurück aufs Spielfeld? Und es geht jetzt los! Der Spaß ist hier garantiert. Drei von vier Karussellpunkte wert. Du hast neben Basketball auch mehrere andere Leidenschaften gehabt, und zwar Fußball. Warum hast du dich für Basketball entschieden? habe ich mir! Ich bin... Ich bin... Ich bin... ...aber ich bin...